Das war ein Soundgarden mit Burn in My Hands. So, ich bin jetzt hier am Dolz angekommen, an einer Rockdiskothek in Hannover. Ich hab mir sagen lassen, hier spielt man alles von ACDC bis Bon Jovi. Naja, Rockladen, ich weiß nicht so ganz, was mich erwartet, aber schauen wir mal rein. Was bestellt man sich in der Rockdiskothek als erstes zum Trinken? Na klar, ein Bier, aber ich hab mir sagen, dass in Hannover muss man einfach das Getränk aus Hannover probieren. Denn wer aus Hannover kommt, der kennt es und zwar Lütjelage. Ich hab jetzt den Lordi bei mir, der ja auch die Musik auflegt. Lordi, sag mal, Lütjelage, was ist das? Lütjelage sagen die das Getränk aus Hannover, das man hier hauptsächlich trinkt. Das ist Korn mit Schwarzbier, das heißt Dunkelbier. Man trinkt das ja auch auf ganz spezielle Art und Weise und wie gesagt, ich mach es euch jetzt nicht vor, weil irgendwie muss ich euch ja auch noch mit klarem Kopf ein bisschen durch die Sendung führen. Lordi, würdest du uns das mal zeigen, wie man das trinkt? Also normalerweise trinkt man es gemischt, aber ich hab mir das mal vorbereitet und ich kann euch das mal versuchen zu zeigen. Also man trinkt das irgendwie so. Dann halt beim Trinken ganz einfach, wie dass man ein paar das reinschüttet. Mein Gott, das sieht ja echt gefährlich aus. Man muss auf jeden Fall probieren, dass man, ich würd mir das ganze Hemd vollschütten irgendwie. Ich würd mich super vollkleckern von oben bis unten. Es gibt dafür auch Lätzchen für Leute, die das gar nicht können oder so. Ich mein, ich trink's normalerweise auch gemischt, aber es geht. Leute, ich hab grad schon gesagt, du legst hier Musik auf. Was für Musik spielt ihr hier? Also das Spielen von der Musik her spielen wir eigentlich von A bis Z, das heißt von AC DC bis Sissi Top. Und das Publikum, sagen wir es so, ist halt von jungen Generationen bis hoch. Wir machen Freitags die Tage eingerichtet, dass wir halt da mehr harte Sachen spielen für die Jugend. Und machen auch jetzt Samstags, ist so eigentlich gemischtes Zeug. Okay, dank dir. Leute, das war das Deutz, unsere erste Diskothek hier in Hannover. Rockig war's auf jeden Fall. Und das Publikum, naja, ein bisschen heftig, würde ich sagen. Okay, bei uns geht's jetzt weiter in den nächsten Club. Hier kommt... Und das Publikum, naja, ein bisschen heftig, würde ich sagen.